Mit Jens als Experte, Kai291, also ich würde auch Jens gerne einladen. Warte mal, können wir hier, können wir vielleicht mal was starten? Ich mache mal Split Screen. Instagram, gehen wir mal rein, mein Instagram. So, und jetzt gucken wir mal, was der Jens gepostet hat. Oh, Internet ist wieder richtig schnell hier. Jetzt nicht. So, Felgen, Renninger. Felgen. Jens ist da gleich ganz oben. Noch vor Felgen, auch nicht vor der eigenen Firma, ist der Jens oben. Weil Live-Chat kommt vor den eigenen Unternehmen. Und wir machen mal den letzten Post. Wann hat er den gemacht? Vor 48 Minuten. So, da schreibe ich jetzt drunter, nächste Woche. Felgen Spezial im Live-Chat. Nee, Felgen Spezial live bei YouTube. Dann Hashtag F-Garage. Ab 18 Uhr. Du weißt Bescheid und bist hiermit eingeladen. Hiermit eingeladen. So, jetzt müssen wir noch das richtige Smiley rausfiltern. Macht mir mal so ein Zung-Smiley. Äh. So, äh. Schreibt mir das mal hier in den Chat rein. Ein Zung-Smiley brauche ich, weil, habe ich das hier irgendwo? Hat mir das schon einer reingeschickt? Nee, also wir haben ein Grinz-Smiley vom Stretch. Das klaue ich jetzt mal schnell. Und macht mir mal ein Zung-Smiley rein. Live-Chat. Weil ich muss das hier, Grinz, und ich brauche noch ein Zung-Smiley. So, äh. Schreibt mir mal so ein Zung-Smiley noch rein. Ich will das hier noch reinmachen. Live-Chat. So, muss ich mal neu laden. Zung-Smiley. Ich brauche, ja, Dellenking hat es. Danke, Horst, Matthias. Sehr gut. Wir haben ein leichtes Delay. Perfekt. So. Ähm. Ah, jetzt knallt es rein. Ha, ha, ha. Jetzt knallt es rein. Jetzt knallt es rein. Ihr seid echt die geilsten. Dellenking war der Erste. Grüße gehen raus an meinen Steffen. So, okay. Ha, da ist er. So, der zweite Wort, Horst. Horst, dein Nehmer ohne. So. Also, nächste Woche Felgen-Special live bei YouTube. F-Garage ab 18 Uhr. Du weißt Bescheid und bist hiermit eingeladen. Das poste ich jetzt. Zack. So, jetzt, Jungs, wenn ihr den Jens hier drin haben wollt, dann geht bei Jens rein. Ihr habt hier meinen Kommentar. Lasst mir einen Daumen da und geht auf Antwort und schreibt, heizt Jens ein und sagt, Jens, los. Der muss nach Dresden. Ich will den hier haben. Keh ihn hier irgendwie. Jens muss herkommen. Wenn, dann muss Jens herkommen. Wenn ihr Bock habt auf Jens, dann geht bei Felgen-Renninger, gebt hier ein Like nach oben, einen Daumen und auf Antworten, auf meinen Kommentar antworten und schreibt rein, dass der Jens kommen muss. Ähm. Hier haben wir kopiert. Genau. Jetzt müssen wir mal gucken. Felgen-Gossip habe ich schon drinstehen. Sehr, sehr geil. Also, aktuell erst dann Turbo und Golfier-Projekte. Hab's ja schon gesagt. Der Turbo, der Motor ist beim Kral. Sehr interessant. Haben wir auch schon abgefilmt. Wird zusammengebaut. Wir lassen den schon sehr stark zusammenbauen. Also Kolben schon drin, Bleul schon drin. Macht alles. Ist jetzt kein Hexenwerk. Die Jungs können es auch. Tobi hat auch gesagt, können wir auch im Livestream machen. Aber wir machen das deswegen bei Kral mit Einsätzen und Co. Weil eben der Kral mich da überzeugt hat mit so ein paar Sachen. Und wir kriegen den dann gut fertig. Zylinderkopf ist alles schon fertig. Also wird gut. Und ich hoffe, wir machen jetzt nächste Woche noch den Golf 4 Cabrio. Und dann geht's schon die übernächste Woche, also in zwei Wochen, schon wieder ans Turbo-Projekt. Vielleicht die kleinen Motor. Ich muss dann leider noch auseinandernehmen. Es sind schon ein paar Teile da, aber wir gehen dann so langsam wieder ran an das Turbo-Projekt. So, und dann werden wir irgendwann Richtung Spätsommer, das geht dann auch schnell, den Golf 2 auseinandernehmen. Panamera haben wir noch von Eugen. Da wird was passieren. Da kommt noch ein bisschen was. Also, ja. Wie gesagt, Golf 4 Cabrio hoffe ich nächste Woche fertig. Und dann geht der Turbo weiter. Neue Halle ist, bin ich morgen mit dem Schelle in der Halle. Da werden wir den Tisch bauen. Der Tisch wird ganz wichtig werden. Das wird ein zentraler Ort. Ich habe auch zwei Bürostühle schon, die ich teste. Das hat mir Eugen rausgesucht. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an Rotattoo Eugen. Geile Idee, die wäre ich morgen holen. Dann werden wir den Tisch positionieren. Eugenbogen wird es, denke ich, lange gehen. Ausrichten und den Rest machen wir später. Ich bin auch gerade sehr, sehr kopfmäßig in der Halle.